Ja Leute, was geht bei euch? Ich hab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir haben Sonntagabend und ich muss euch schlafen gehen, wieder mal. Aber diesmal ist es tatsächlich ein Video, wo ich ganz kurz Lust habe. Also das Video wird nicht lange dauern, es wird kurz sein. Ich habe einen Diss-Track von mir gefunden und also nicht ich habe den Diss-Track aufgenommen, sondern ich wurde gedisst. Aber von der Person, meine alten Zuschauer sollten ihn bereits kennen, falls die noch überhaupt aktiv sind, das weiß auch keiner. Ich weiß jetzt nicht, wie oft er mich noch disst, aber auf jeden Fall nimmt es mit Humor, ohne Beleidigung. Wir starten einfach direkt. Und nebenbei werde ich da noch drauf reagieren. Der Juni hat dir Xbox gekauft. Xbox, ich geb dein X und box dich. Juni, was willst du machen? Mein Rap ist faxisch. Du bist bericht, bist Vertacke der Eberkinder. Du hast keine Generation, deswegen ist ich dich. Du hast Hallizination. Du machst Videos auf 10 Minuten strecken. Machst nur Videos über andere. Machst die Action-Videos und bist in meinen Augen so aus von kurios. Wirst du sowas von nie weit bringen? Deine Arbours sind fake. Und was will dieser Nero? Auf jeden Fall, er denkt, er wäre es jetzt halt für Arme Ich wüsste mich einfach so, weil ich es kann Ich brauch keine starken Arme, um dich zu wissen Du hast keine Chance gegen mich, denn Rap ist, mein Rap ist sowas von gerissen Und du bist sowas von leise Also sei mal leise, seinen Was ist das für ein Name? Seinen, leise, leise, seinen Das reimt sich sogar, du weißt Bescheid, Nero Das sieht aus wie ein Gänzer oder so Rap wie ein Gänzer Wir haben lange nichts von den Guten gehört Leider hat er wieder seinen Kanal gelöscht Oder aus irgendeinem Grund hat er seine ganzen Abonnenten wieder verloren Er hat jetzt aktuell sieben Abonnenten Stark, stark, sehr stark Er könnte ein Konkurrent werden für Kapitalbra Das weiß man nicht Es kann viel passieren Auf ihn haben sogar schon YouTuber reagiert Wie muss die Haft? Oder ein Konkurrent für Jakari sogar Ich meine, der ist ja auch gerade neu in den Trends In den deutschen Rap-Trends Und hat ein Deal bei PA Sports unterschrieben Der könnte ja ein Konkurrent werden Deswegen nehmt euch den Arzt Er hat nämlich schon die Sonnenbrille auf Die normalerweise Milliardäre aufhaben Wie ihr bereits sehen könnt Habt ihr gerade gesehen? Das habe ich gerade eingeblendet Seine hübsche Brille, die kostet nämlich 10 Mille Hast du 10 Mille auf dem Konto? Hast du das? Ich wurde auf jeden Fall lieblich auseinandergenommen Meine Karriere ist zu Ende Ihr könnt sich einige Leute freuen Endlich ist meine Karriere zu Ende Sie wurde offiziell beendet Durch diesen Diss-Track Das war's Leute Ich höre auf mit YouTube Und das Ding ist, ich feiere seinen Content so mittlerweile Weil ich kenne ihn schon von früher Und ein paar von meinen Zuschauern haben ihn auch ausgelacht Und sowas, ne? Aber ich feiere ihn Ich feiere ihn, weil er immer noch dabei ist Er ist einfach ein OG Ein gezeichneter OG Wie es Kollege gesagt hat Er ist so eine Person, wo ich sagen kann Ja man, den gönne ich das Auf jeden Fall an seinem Taktgefilm Muss aber immer noch arbeiten Seine Texte Hat sich schon ein paar Sachen haben sich gereimt Das muss ich euch zugeben Immer weitermachen und nicht aufhören Gut Leute Das Video geht jetzt fast 5 Minuten Ich hoffe, ihr konntet an diesem Video ein bisschen Spaß herausziehen Euch ein bisschen schab lachen Ich weiß nicht, wie ich das Video drehen soll Vielleicht fällt mir irgendwas ein, was ich machen kann Damit er euch tot lacht Aber momentan ist die einzige Person Über die ich mich wirklich tot lachen kann Ich selbst Ich muss morgen arbeiten Ja, wahrscheinlich nicht Also ich weiß nicht, ob er arbeitet Wenn du arbeitest, dann mein Beileid Dann musst du früh aufstehen morgen Aber auf jeden Fall muss ich um 3 Uhr nachts aufstehen Das heißt für mich jetzt Das war es auch Ich versuche das Video morgen hochzuladen Also ich hätte diese Disstrack-Zeiten echt vermisst Da wo jeder zweite Video gedisst wurde So Leute, wenn ihr gerne mich dissen wollt Dann disst nicht Jeder einmal der Reihe nach Alle können mich dissen Alle können mich dissen Da habe ich endlich wieder auf Formate Wer weiß, kann ich mich das nochmal gut an Sie sind geistig behindert Wenn ich immer wieder gedisst werde Das war eigentlich ein gutes Format, ne? Eigentlich wie so ein FIQ normalerweise Haut rein Leute Wir sehen uns und bis zum nächsten Video Was für ein Name